Sind Sie Polizisten? Nein, Ma'am. Wir sind Musiker. Die Blues Brothers strahlen wie noch nie. Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Endlich auf Blu-Ray. Wissen Sie es? Es ist dunkel und wir tragen Sonnenbrillen. Tritt drauf! Sie sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Denn ich habe das Licht gesehen! In gestochen scharfer High Definition. Das absolute Dynamik. Für den Größten. Danke sehr. Durchschlagendsten. Wir sind es ein Lastbar. Lustigsten. Und coolsten. Das ist gut. Musikfilm aller Zeiten. Die Blues Brothers. Komplett remastered sehen die Jungs umwerfend aus und singen besser als je zuvor im perfekten Surround Sound. Kann ich Ihnen behilflich sein? Mit unvergessenen Auftritten und Songs der Legenden Ray Charles. James Brown, Aretha Franklin und Cap Calloway. Frau Drey. Hier noch ein Hinweis. Die Anwendung von unnötiger Gewalt bei der Festnahme der besagten Loose Brothers ist genehmigt worden. John Belushi und Dan Aykroyd. Ich habe sie hier zwei Männer reinkommen sehen mit schwarzen Anzügen, schwarzen Hüten. Ja. Ich habe sie da runter geschickt. Danke sehr. Hol dir den Filmklassiker, der die Welt zum Singen, Tanzen und Lachen gebracht hat. Die Blues Brothers. Jetzt auf Blu-Ray. Bis zum nächsten Mal.